Marku war der Dritte, der sich bei uns in der WG vorstellte. Anders als die anderen beiden vor ihm, machte er auch einen starken ersten Eindruck. Er begrüßte uns höflich und respektvoll und kam nicht auf die Kumpeltour mit High-Fives und einer Flasche Bier in der Hand. Sorgfältig legte er die mitgebrachten Dokumente vor Joka und mich und setzte sich erst, als ich ihm einen Platz anbot, unter den Knopf seines Sakkos geöffnet hatte. Er war vielleicht Mitte 30, etwas kleiner als der Durchschnitt und trug seine schwarzen Haare mit viel Wachs zur Seite gebürstet, sodass er wie ein Geschäftsmann aussah. Er stamme aus Tokio, erzählte er irgendwann später. Den marineblauen Anzug trug er in Kombination mit einem makellosen weißen Hemd. Es war so perfekt angelegt und gebügelt worden, dass es heller als das Licht im Raum wirkte und so ein wesentliches Strahlen ausging, das man nicht ignorieren konnte. Durch diese Details musste ich mich bei seiner äußerlichen Bewertung zwischen drei Dingen entscheiden. A. Marku lebte bei seiner Mutter, die alles für ihn tat. Kochen, Wäsche waschen und bügeln. Und weil sie es schon ihr Leben lang tat, sah das Hemd so perfekt aus. Sie kannte jeden Handgriff und jeden Faden in der Kleidung ihres Sohnes. B. Marku war ein Muttersöhnchen und wir würden ihm in der WG alles hinterher tragen müssen. B. Marku kümmerte sich alleine um seine Wäsche und kannte die eben erwähnten Handgriffe deshalb, weil er es von Kindestagen an gelernt hatte. Vielleicht hatten ihn seine Eltern schon früh dazu gedrängt, vielleicht war er als Weise aufgewachsen und musste sich seit jeher um sich selbst kümmern. Und durch diese elternlieblose Verwahrlosung schaffte er es, perfekte Hemden zu bügeln. C. Marku besaß viel Geld und konnte sich den besten Wäschereidienst der Stadt leisten. Tja, also ich bin Tadashi und das hier ist Yoka, stellte ich uns vor. Wir sind beide keine Partygänger und sind auch relativ reinlich, nicht wahr? Joa, manchmal lässt Tadashi seine Teller stehen, murmelte Yoka und grinste mich neckend an. Schickes Hemd übrigens. Danke, antwortete Marku. Seine Stimme klang sanft und beruhigend. Normalerweise sollte man nicht so oberflächlich sein, aber wenn es darum ging, jemanden bei sich einziehen zu lassen, zählte jedes kleine Merkmal. Ein Nasenring erzählte eine ähnlich lange Geschichte wie schmutzige Kleidung. Eine kleine Schramme an der Wange könnte bedeuten, dass der Bewerber auf der Straße lebte und Heroin nahm. Die neuen weißen Sneaker könnten auf einen sehr ausgeprägten Partymenschen hindeuten, bei dem man kein Auge mehr zutun können würde, wenn er in der Wohnung leben würde. Aber das musste nicht so sein, und einen Mitbewohner kennenlernen würde man erst nach einigen Monaten, wenn er sich eingelebt hatte und einen Scheiß darauf gab, was man von ihm dachte. Später, als Marku bei uns eingezogen war, erfuhr ich den wahren Grund für sein perfekt gebügeltes Hemd. Später in dem Jahr glaubte ich Marku bereits, aber als er am Kennenlerntag ruhig und mit neutralem Gesichtsausdruck sagte, »Ich bin Marku und ich arbeite für die Mafia«, lachten Joka und ich nur. »Nein, das ist nicht ganz richtig«, verbesserte sich Marku, »ich bin die Mafia, ich bin das Oberhaupt, über mich läuft einfach alles hier in der Stadt. Und ich möchte hier wohnen, um meinen Feinden ein normales Leben vorzugaukeln, aber ich habe kein normales Leben. Ich plane Raubüberfälle, Erpressungen, Geldwäscherei, und wenn es sich nicht anders lösen lässt, plane ich auch Mord. »Marku, Sie sind von den Bewerbern heute damit der Normalste«, antwortete ich kichernd. Marku verzog keine Miene und blickte mich kühl an. »Die Miete werde ich immer pünktlich überweisen. Ich kann gut kochen, gerne bereite ich große Portionen für euch beide zu. Sauber bin ich auch. In meiner Freizeit lese ich und gehe wandern und bin stets pünktlich um zehn im Bett. Ich will keinen Ärger und erwarte von euch keinen Verrat an die polizeilichen Behörden. Solltet ihr mich doch verraten, schneide ich euch den Hals auf und ziehe eure Zunge durch. Klar?« »Klar«, sagte Joka. »Freie Abendmahlzeiten, aber dafür eine Zunge durch den Hals. Das klingt nach einem guten Deal. Außerdem brauche ich den Raum hier jede Woche für meine Sitzungen. In der Zeit möchte ich, dass ihr auf euren Zimmern bleibt und nicht lauscht. Sonst schneide ich euch die Ohren ab. Klar. Der Raum war unsere Wohnküche. Eine alte rote Küchenzeile mit Herd und Spülmaschine, bei der die Farbe bereits abblätterte, und ein kleiner viereckiger Tisch an der anderen Wand. Zugegeben, man konnte den Tisch ausklappen, und es gab genug kleine Hocker, um zehn Leute unterzubringen. Gemütlich war es allerdings nicht. In der Wohnung gab es nur drei Schlafzimmer, einen Flur, ein Bad und eben die schmale Wohnküche. »Was haben wir denn davon?«, fragte ich und verschränkte meine Arme. Das mit dem Zeug ab- und durchschneiden war natürlich großer Humbug, aber die Küche mit Fremden zu belegen und uns auf unsere Zimmer zu verdonnern, brauchte natürlich mehr Erklärung. »Ich übernehme für diesen Umstand die Hälfte eurer Miete. Dafür und für euer Stillschweigen. Klingt das gut?« Das klang ziemlich gut. Geld brauchte man in so einer Großstadt immer. Unter Joka und ich Studenten waren und nur ein wenig durch Tagelöhner oder Minijobs dazuverdienten, kam uns dieses Angebot sehr gelegen. Joka arbeitete in einem Schwimmbad und ich war meistens Putzkraft in einem Kino. Natürlich gingen wir davon aus, dass er sich nicht mit irgendwelchen Mafiosi traf, sondern sich mit seinen Freunden ungestört unterhalten wollte. Also stimmten wir zu und zwei Tage später zog er ein. Das Zusammenleben mit Marco war unkompliziert. Meistens bekamen wir gar nicht mit, dass er überhaupt mit uns wohnte. Er ging, wie angekündigt, stets um 10 Uhr ins Bett und als ich morgens aufstand, war er schon auf der Arbeit. Abends, wenn ich von der Uni oder irgendeinem Treffen – ich traf mich in dieser Zeit immer öfter mit einer jungen Frau, mit dem Namen Himari, die ich in der Uni kennengelernt hatte – nach Hause kam, stand häufig ein frisches Abendessen in der Küche. Fisch oder Fleisch, Kartoffeln oder Reis und Gemüse, Auflauf, Suppe, einmal sogar ein Menü aus verschiedenen Sushi-Rollen. Es schmeckte hervorragend. Nicht nur, weil es frisch und handwerklich fein gekocht worden war, sondern auch, weil es kostenlos war und ich nichts dafür zahlen musste. Die Miete war pünktlich auf meinem Konto und wie versprochen übernahm er die Hälfte von meinem und Jokas Anteil. Reden taten wir nur selten, dafür sahen wir uns zu wenig, aber wenn, dann tauschten wir uns über Bücher aus. Er las wohl eine ganze Menge in seiner Freizeit und hatte zu den meisten Büchern, die ich gelesen hatte, eine Meinung. Über seine Arbeit redete er nie und ich fragte auch nie danach. Seine Freunde kamen jeden Donnerstag von 16 bis 20 Uhr vorbei und ich schloss mich für die Zeit, wie abgesprochen, immer in meinen Raum ein, ging vorher gewissenhaft auf die Toilette und nahm mir eine Schüssel mit Nüssen, Trockenobst, Käsestücken und Knäckebrot auf das Zimmer. Das konnte ich über einen längeren Zeitraum essen und musste deswegen nie in der Zeit hungern. Wenn Markus' Freunde weg waren, klopfte er an meine und an Jokas Tür, bedankte sich mit seiner sanften, vertraulichen Stimme für unsere Kooperation und ging in sein Zimmer. Eines Tages, Marku wohnte jetzt schon seit drei Monaten bei uns, wurde ich an einem dieser Donnerstage angerufen. Es war Himari, mittlerweile eine sehr gute Freundin von mir geworden und sie hatte starken Herzkummer durch die Trennung von ihrem Freund und war traurig und redete davon, sich etwas anzutun. Sie war leider ein wenig krank, aber das störte mich nicht. Jedenfalls wollte ich für sie da sein und verließ mein Zimmer, zog Schuhe und Jacke an und ging zur Haustür. Dass sie sich wirklich etwas antat, konnte ich zwar nicht wirklich glauben, aber in der Zeit wollte ich trotzdem für sie da sein. Von der Haustür aus konnte man in die Küche sehen. Dort saß Marku mit seinen Freunden. Es waren drei Hühnen, breit gebaut und muskulös, die Hemden, in denen ihre Oberkörper steckten, bis zum Zerreißen gespannt. Und zwischen ihnen hockte ein verstörter, alter Mann, vielleicht sechzig Jahre alt, mit schütterem weißen Haar und einer dickgläsigen, runden Brille auf der Nase. Einer seiner Finger stand in einem schrägen Winkel von ihm ab, war in Richtung Himmel gerichtet, aus seinen Augen liefen die Tränen und in seinem Mund hatte man ein Tuch gestopft. Marku starrte mich mit feurigen Augen an, blieb aber entspannt dort sitzen, wo er war. Einige Sekunden vergingen, die ich geschockt in seine Pupillen starrte, dann öffnete ich die Wohnungstür und ging weg. Mein Kopf sagte mir, ich solle einfach weitermachen, dass es besser wäre, sich nichts anmerken zu lassen. Es kam mir auch niemand hinterhergelaufen, also war ich mir sicher, dass ich mich nur verguckt hatte. Natürlich saß kein alter Mann mit gebrochenem Finger in meiner Küche. Ich besuchte Himari und hörte ihr zu, und am Ende konnte sie sogar wieder lächeln. Wir schauten noch einen lustigen Film und kuschelten ein wenig. Das ganze Gespräch konzentrierte ich mich auf sie, und als ich spät am Abend nach Hause ging, es war bereits zwei Uhr in der Nacht, und mich freute, dass es ihr wieder besser ging, war die Einbildung in der Küche vergessen. Aber der alte Mann war noch da, genauso wie Marku. Nur seine drei bulligen Freunde waren verschwunden. Marku hatte sich entspannt in seinem Stuhl zurückgelehnt, eine Tasse Tee vor sich, und spielte mit einer Münze herum, die er gekonnt über seine Fingerknöchel wandern ließ. Der alte Mann hing, wie ein Sack Zwiebeln, auf dem anderen Stuhl, auf seiner Hand ruhte ein Beutel mit bereits halb geschmolzenen Eiswürfeln, der seine gebrochenen Finger verdeckte. Ach, Tadashi, schön, dass du wieder da bist. Komm, setz dich doch und trinke einen Tee mit mir und Herrn Nakamura. Herr Nakamura hob ermüdet seinen Kopf und sah mich mit glänzenden, geröteten Augen an. Dann starrte er wieder auf seine Hände vor ihm. Ich bin echt müde, Marku, danke. Und hallo, Herr Nakamura, ich hoffe, Sie fühlen sich wohl hier. Das tut er nicht, antwortete Marku. Er fühlt sich ganz, ganz schlecht. Willst du wissen, warum, Tadashi? Ich zuckte mit den Schultern. Offenbar war ich hier in irgendetwas reingeraten, was mich ganz und gar nichts anging und von dem ich eigentlich nichts wissen wollte. Außerdem wollte ich Marku gerne aus dem Weg gehen. Seine ganze Ausstrahlung, wie er so selbstbewusst und ruhig vor dem gebrochenen alten Mann saß, wirkte bedrohlich und die Münze raste über seine Hand, ohne dass er einen brennenden Blick von mir nahm. Ich war den ganzen Abend unterwegs. Vielleicht kannst du mir ja morgen davon erzählen. Morgen wird Herr Nakamura aber nicht mehr hier sein. Tja, also, ich kenne ihn ja gar nicht. Setz dich, wiederholte Marku und legte die Münze auf dem Tisch ab. Herr Nakamura wird sich vorstellen. Tja, also, ich wäre gerne einfach in mein Zimmer gegangen, aber wollte auch nicht widersprechen. Und vielleicht war ja doch alles ganz anders, als es den Anschein machte und Herr Nakamura war tatsächlich ein guter Freund von Marku und die demolierten Finger bei einem Unfall oder bei einem dummen Spiel entstanden. Ich setzte mich auf einen Stuhl in der Mitte, links neben mir saß Marku, rechts Herr Nakamura und räusperte mich. Marku starrte mich immer noch mit dem feurigen Blick an, den er auch bei meinem Verschwinden gehabt hatte. Und jetzt? Fragte ich. Jetzt sagt Herr Nakamura, wer er ist und warum seine Hand gebrochen ist. Sollte er vielleicht zum Arzt? Nein. Herr Nakamura? Der Alte schaute auf und suchte meinen Blick, aber scheinbar war er zu erschöpft und starrte deshalb nur schwach auf meinen Hals. Also, ich bin Herr Nakamura. Ich habe eine Bar zwei Blocks weiter. Zum tanzenden Fuchs heißt sie. Vielleicht kennen Sie sie. Toll, nicht? Fragte Marku. Eine Bar? Damit kann man viel Spaß haben und Musik hören und junge Frauen auf Drinks einladen. Und dann hat die Bar noch so einen niedlichen Namen. Der glückliche Herr Nakamura. Wie lange haben Sie die Bar, Herr Nakamura? Kommen Sie, erzählen Sie es meinem Freund hier. Ich spielte nervös mit meinen Fingern herum und bewegte mich keinen Zentimeter. Was für ein perverses Machtspiel war hier im Gange. Ich, also, zwei Wochen, antwortete Herr Nakamura. Ein Frischling also. Er hat seine Bar ganz neu renoviert, richtig schöne Holzvertefelungen und in der Mitte steht sogar ein kleiner Brunnen. Bilder von Füchsen an den Wänden, hinter dem Tresen stehen Gläser und Flaschen und alles wird durch indirektes Licht beleuchtet. Ich konnte es nicht über mein Herz bringen, irgendetwas in der Bar zu demolieren. Marku griff wieder nach seiner Münze und fuhr fort damit, ihn durch die Hand wirbeln zu lassen. Erzählen Sie meinem Freund, was Sie vergessen haben, als Sie die Bar übernommen haben, Herr Nakamura. Herr Nakamura glotzte wieder seine Hand an und zuckte kurz zusammen, als er sie bewegte. Scheinbar hatte man es nicht nur bei einem Finger belassen. Eine offene Rechnung. Eine offene Rechnung, genau, Herr Nakamura. Und um was für eine Rechnung handelt es sich denn? Schutzgeld. Nein, Herr Nakamura, Schutzgeld nennen wir es nicht. Wir sagen dazu, Beitrag zur Instandhaltung der örtlichen Sicherheit. Ein schwerer, langer Name, das verstehe ich. Aber man soll ja auch verstehen, worum es geht. Verstehst du alles, Tadashi? Ich zuckte bei der Nennung meines Namens ertappt zusammen und blinzelte ein paar Male. Dass das alles gerade wirklich passierte, konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Marku nutzte meine Küche, um Schutzgeld zu erpressen. Hier, wo ich immer meinen Kaffee trank und meine Nudeln gegessen hatte. Ein tiefes, fauliges Unwohlsein braute sich in meinem Bauch zusammen. Ich denke schon, antwortete ich langsam. Und jetzt ist Herr Nakamura hier und jemand hat ihm die Finger gebrochen, weil die örtliche Sicherheit nicht in Stand gehalten wurde. Warum ist das passiert? Weil ich nicht gezahlt habe. Genau, Sie haben nicht gezahlt. Was haben Sie nicht gezahlt, Herr Nakamura? Schutzgeld, ich meine, den Beitrag zur Instandhaltung der örtlichen Sicherheit. Genau, Herr Nakamura, den Beitrag zur Instandhaltung der örtlichen Sicherheit haben Sie nicht gezahlt. Und warum haben Sie den Beitrag zur Instandhaltung der örtlichen Sicherheit nicht gezahlt? Herr Nakamura seufzte. Weil ich Ihnen nicht geglaubt habe. Und glauben Sie mir jetzt? Herr Nakamura nickte. Gut, dann können Sie jetzt gehen. Danke für Ihre Zeit und viel Erfolg mit der Bar. Herr Nakamura blickte verwundert auf, dann hält er sich sein Gesicht auf. Sofort schob er seinen Stuhl zurück, warf seine Jacke über und verließ hastig die Wohnung. Sein Gesicht spiegelte im letzten Augenblick eine Mischung aus Schmerz und Unglauben und Glück, noch am Leben zu sein, wieder. Maku sprach erst weiter, als Herr Nakamuras Schritte nicht mehr im Treppenhaus zu hören waren. Das Feuer in seinen Augen brannte. Muss ich dir auch Finger brechen lassen, damit du mir glaubst, Tadashi? Wieder räusperte ich mich. Meine Kehle kratzte unangenehm, als würde ich einen Schal aus Stahlwolle tragen. Nein, Maku, das wird nicht notwendig sein. Du glaubst mir also, dass ich zu der Mafia gehöre, ja? Ja. Gut. Dann sorg dafür, dass du donnerstags von 16 bis 20 Uhr nicht zu Hause bist oder dich in deinem Zimmer einschließt. Wenn du dich noch einmal in mein Geschäft einmischst, wird es hässlich. Okay. Maku nickte mir zu und ich verstand es als ein Zeichen, dass ich mich erheben durfte. Das tat ich dann auch und ging in mein Zimmer, fiel in mein Bett und schlief schnell ein. Aber in jener Nacht plagten mich Albträume über Maku und seine Mafia-Angelegenheiten. Menschen, die mit Betonfüßen im schwarzen Wasser versanken, zerschlagene Gelenke, brennende Gebäude, Leid und Tod und Trauer. Am nächsten Morgen war Maku schon wieder weg und auf der Arbeit und mir grauste es, darüber nachzudenken, was er auf der Arbeit tat. Und so saß ich in der Küche auf dem Platz, auf dem vor wenigen Stunden noch Herr Nakamura gesessen hatte und grübelte darüber nach. Morgen, knurrte Joka, als er den Raum betrat. Er schleppte sich zur Kaffeemaschine, drückte eine Kapsel hinein und ließ den Kaffee in eine Tasse fließen. Seine Haare standen ihm wirr vom Kopf und seine Augenringe hingen ihm fast bis auf die Brust. Scheint, als hättest du auch einen wilden Abend gehabt, begrüßte ich ihn und bereute direkt meine Worte. Es wäre doch besser, alles für mich zu behalten. Ich würde Joka doch in unaussprechliche Gefahr bringen, wenn ich ihm davon erzählen würde. Oh ja, sagte er und setzte sich auf den Platz, auf den Maku gestern gesessen hatte. Viel zu tun gehabt. Arbeit? fragte ich und war dankbar, dass er mich nicht fragte, was ich mit wildem Abend gemeint hatte. Mhm. Er trank einen Schluck und schloss genüsslich die Augen. Joka arbeitete in einem Schwimmbad als Rezeptionist, halbtags, kein Job, bei dem man sich tot arbeitete. Und eigentlich schloss das Bad auch jeden Tag um 20 Uhr. Gab es ein Event im Schwimmbad oder wieso? Ich wollte unbedingt bei dem Arbeitsthema bleiben, nicht über die Mafia reden, nicht über gebrochene Finger reden, nicht über Marco reden. Hä? Nee, nee, murmelte er und kratzte sich seine wirren Haare. Ich arbeite gar nicht mehr im Schwimmbad. Was? Wieso? Du warst doch da voll gerne und die haben doch nicht schlecht bezahlt. Joka zuckte mit den Achseln. Hab ein besseres Angebot bekommen. Wieder schlürfte er seinen Kaffee. Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen, Mann. Naja, Marco hatte mir ein besseres Angebot gemacht. Ich arbeite jetzt für ihn. Was? Ich sprang auf und rempelte dabei den Tisch an. Der Kaffee schwappte über den Tassenrand und lief aus. Joka beobachtete den braunen Fleck ruhig, während er sich weiter auf dem Tisch ausbreitete. Die Sorge, Joka in das Mafiageschäft reinzuziehen, verpuffte und änderte sich stattdessen in die Sorge, Joka aus den Mafiageschäften wieder rausholen zu müssen. Dass er so leichtsinnig da reingezogen wurde, kannte er die Gefahren etwa nicht? Ist doch nichts dabei, Tadashi, beruhig dich. Für dich hat er vielleicht auch einen Job. Ich will keinen Job von Marco. Warum nicht? Der Kerl arbeitet bei der Mafia. Gestern saß hier ein alter Mann mit gebrochenen Fingern am Tisch. Und drei seiner Prügelkerle. Marco ist gefährlich. Wenn du für ihn arbeitest, dann bedeutet das, dass du auch irgendetwas Illegales tust, Mann. Du musst da ganz schnell raus. Joka war aufgestanden und hatte mit dem Lappen den Tisch gesäubert und sich wieder hingesetzt, um weiterzutrinken. Unberührt blickte er mich an und zuckte mit den Schultern. Du tust so, als wäre das etwas Neues. Dabei hat er von Anfang an gesagt, dass er bei der Mafia arbeitet. Er war da immer ehrlich und transparent gewesen. Ist ja kein Grund, ihm jetzt schlechte Absichten vorzuwerfen, während wir ihm erlaubt haben, hier einzuziehen. Wieder trank er kurz und genusslos. Und das Geld, das ich bekomme, ist halt echt nicht schlecht. Kann mir, wenn es so weitergeht, sogar eine eigene Wohnung anmieten. Und alles, was ich dafür tun muss, sind ein paar Kurierfahrten. Bisschen mit dem Fahrrad herumstrampeln, ein paar Gassen abfahren, Dinge in Briefkästen stecken, Umschläge abholen. Es ist nicht anstrengend und wirklich ungefährlich. Ich schüttelte resigniert den Kopf. Mir war nicht klar, dass Joka seine moralischen Prinzipien so einfach über Bord werfen würde, wenn es um Geld ging. Das sind doch bestimmt Drogen, die du da herumfährst. Was, wenn du damit erwischt wirst? Tja, da hat mir Marco ein paar Ausreden mitgegeben, die scheinbar immer ziehen. Und wenn es hart auf hart kommt, würde er mir seine besten Anwälte zur Verfügung stellen. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Ich lehnte mich gegen den Kühlschrank und blickte Joka entrüstet an. Soll ich dir sagen, was passieren wird, wenn du erwischt wirst? Die Ausreden werden dir einen Scheißdreck helfen. Die Polizei nimmt dich mit. Du bekommst keinen weltbesten Anwalt an deine Seite gestellt, sondern wanderst sofort für ein Minimum von zehn Jahren in den Knast. Tja, und dann sitzt du da und wenn du auch nur mit einem Lufthauch den Namen Marco erwähnst, wirst du von seinen Knastgangs dann abgeschlachtet. Und das nur für ein bisschen Geld, Mann. Joka zuckte erneut mit den Schultern und ich ballte meine Fäuste. Die Art und Weise, wie leichtsinnig er sein Leben wegwarf, gefiel mir gar nicht. Die Macht, die Marco auf unsere kleine gemütliche WG hatte, gefiel mir gar nicht. Die Gefahr, in der ich mich befand, gefiel mir gar nicht. Aber was konnte ich dagegen tun? Drei weitere Monate zogen ins Land, und ich und Himari sahen uns in der Zeit immer öfter und wurden ein Paar. Joka machte seinen Kurierjob, aber wurde nicht erwischt. Ich hörte ständig Frauenstimmen und Stöhnen aus seinem Raum, und wenn ich eine von ihnen sah, waren es knapp bekleidete, attraktive Frauen, denen der Luxus ins Gesicht geschrieben stand. Wir redeten kaum noch. In der Wohnung selbst fühlte ich mich nicht mehr wohl. Jetzt waren zwei der drei Bewohner zu Kriminellen mutiert, und wenn man es ganz genau nahm, bekam ich auch Schweigegeld dafür, Marco und seine Mafia nicht zu verpfeifen. Ich überlegte oft, ob ich zur Polizei gehen sollte, aber dann erinnerte ich mich an Herrn Nakamura, an seine gebrochenen Finger und an die Wörter, die Marco mir beim ersten Gespräch freundlich ans Herz gelegt hatte. Wenn ihr mich verraten solltet, schneide ich euch die Kehle auf und zieh die Zunge heraus. Also verriet ich ihn nicht. Da ich möglichst wenig Zeit in der WG verbrachte, sondern eher bei Himari war, bekam ich nichts mehr von den Treffen am Donnerstag mit, aber irgendwann fand ich einen kleinen Blutfleck auf der weißen Tischplatte, den ich nicht wegbekam. Es war also nicht nur bei gebrochenen Fingern geblieben. Im Oktober, sieben Monate, wohnte Marco in der Wohnung, zog ich zu Himari. Marco bot mir einige Tausender für mein Stillschweigen an, aber ich lehnte ab und versprach ihm, dass ich niemals darüber reden würde, auch ohne Bezahlung, und das meinte ich auch so. Im Großen und Ganzen war ich froh, aus der WG raus zu sein und dieses Kapitel meines Lebens hinter mir zu lassen. Marco schien mir da glücklicherweise zu vertrauen, denn, auch wenn ich es befürchtete, es stand nie einer von den bulligen Kerlen vor der Haustür, um mir die Finger zu brechen. Das letzte, was ich von Joka hörte, war, dass er bei einer Auseinandersetzung mit einer anderen Gang einen Jungen erschoss und lebenslänglich ins Gefängnis kam. Sein Absturz ging rasant vor sich. Ich wollte ihm einen Brief schreiben, damit er nicht so alleine war, aber tat es dann doch nicht. Unsere Wohnung stand dann schnell leer. Vermutlich hatte Marco eine andere WG überzeugt, dort unterzukommen. Warum er sich überhaupt WGs suchte, verstand ich auch nicht. Die Gründe lagen für einen Kriminellen bestimmt klar auf der Hand, aber ich war kein Krimineller und konnte darin keinen Sinn erkennen. Den tanzenden Fuchs von Herrn Nakamura besuchten Himari und ich auch einmal, weil ich wissen wollte, wie schön es darin wirklich war. Der alte Mann wollte uns kostenlose Getränke und Snacks bringen, aus Angst und Respekt der Mafia gegenüber, aber das lehnte ich ab. Wir blieben nicht lange, denn die kleinen, vor Angst triefenden Augen des Alten zu sehen, die jede unserer Bewegung beobachtete, machte es zu einem gänzlich unangenehmen Vergnügen. Himari wusch ihr Geschirr noch seltener ab als ich und manchmal vergaß sie auch, ihre Miete pünktlich zu überweisen, außerdem konnte sie nicht kochen. Aber ich liebte sie und fühlte mich glücklich. Und das war mehr, als ich jemals in der Wohnung mit Joka und Marku hatte.